So, hi Leute und willkommen zu... naja, zurück zu Minecraft. Und diesmal, ich höre mich etwas anders an. Und zwar ist jetzt das Headset eingestellt. Ich hoffe man kann mich verstehen. Und dahin ist noch das Dorf. So, alles wie beim alten. Gut. Gut, ich wollte mich auf die Suche machen nach einem geeigneten Baum für das Baumhaus oder... Oder ich baue hier einfach noch weiter. Könnte ich natürlich auch machen. Ich hoffe ich mache das halbe halbe. Und das wird jetzt glaube ich keine sonderlich lange Aufnahme-Session vielleicht so... Ich weiß es nicht. 40 Minuten, eine Stunde, ich weiß es nicht genau. So. Erstmal hier die Reihen hier abbauen. Das wird ja dann später mal alles hier unser... Ich sage mal Kino-Platz. Also man kann hier dann in die Ferne schauen. Mit einem geilen Ausblick. Also trotzdem bräuchten wir dann doch irgendwie mal einen Unterschlupf einrichtigen. So. Wird das mir hier alles auf eine Ebene gebracht. Damit das ein bisschen ordentlicher und übersichtlicher wird. Also ich habe ja jetzt... Wie viele Parts? Ich muss überlegen. Ich glaube es sind... Sechs Parts Minecraft von Minecraft. Und das hier ist jetzt der siebte Part. Und da war die... Da hat das Mikrofon sehr arg gerauscht. Und es hat... Ja. Es hat einfach sehr arg gerauscht. Und es hat... Ähm... Mich gestört. Und euch sicherlich auch. Ja. Spitzhackes kaputt. Das... Passt hier super. Ja. Und wo war ich? Genau. Bei der... Spitzhacke. Nein. Bei dem Mikrofon. Und zwar... Habe ich das jetzt einfach... Mit der Rauschunterdrückung... Ähm... Eingestellt. Oder wie das heißt. Ja. Und jetzt... Hört sich da ein bisschen... Strange an. Aber... Man... Versteht mich eigentlich. Und dasselbe war dann auch bei Skyrim. Ich glaube acht Parts. Und dann... Ähm... Habe ich... Dann habe ich wieder neue aufgenommen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich glaube ab den achten Part hört sich das dann so an wie hier. Und ihr könnt ja mal eure Meinung... Äh... Dazuschreiben. Wie ihr das findet. Und ja. Vielleicht... Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr euch da auskennt. Bei... Diesem Headset. Das ist das... Ähm... Gamecom 367 Gaming Headset. Oder irgendwie so. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Ihr könnt mich ja darauf anschreiben. Wenn es euch interessiert. Jetzt... Bis hierhin glaube ich. Ja. Bis hierhin und nicht weiter. So. Gut. Ich glaube das bringe ich jetzt noch auf die... Eine Ebene. Und dann... Ähm... Suche ich mal nach einem... Baum. Nach einem ordentlichen Baum. Und Holz. Werde ich dann auch gleich ziemlich viel sammeln. Und auch Anpflanzen da unten. Hier sind überhaupt keine Bäume. Nur da hinten ein paar. Vielleicht denn... Ich hab noch nicht mal wie zwei Bäume dabei. Sepplings. Möhm ich. Die Playlist ist natürlich willkürlich... Ausgewählt. War das... Ja das war hier. Gut. So. Hier da auch noch. Du und du und du. Und hier natürlich auch. Ja. So und so. Jetzt weg. Auf. Und ein komisches Dungeon-Geräusch. Na egal. So. Ach das hier ist ein Fluss. Das fällt mir jetzt erst so richtig auf. Diese Struktur. Okay. Dann. Hier nach oben. Muss noch eins abgebaut werden. Ganz vergessen. So. Auf. Auf. Jetzt. Sag mal. So. Ich glaub so viel kann ich schon verraten. Es wird später ein... Oder... Mehrere LPTs mit mir geben. Und... Bestimmten anderen Personen. Dessen Namen ich jetzt noch nicht genau nennen kann. Weil ich noch nicht weiß. Ähm. Wer genau jetzt mitmacht. Und wer nicht. So. Aber das werdet ihr schon noch früh genug erfahren. Wenn's dann soweit ist. So. Hier. Und... Da. Na klasse. Das wird noch... Ein Stückchen Arbeit. Aber jetzt erst mal den... Cobblestone hier ablegen. Und... Ja. So. Jetzt mal Richtung... Richtung Bett würde ich erst mal sagen. Wir haben doch gar keine Wolle. Na super. Was machen wir denn jetzt? 5, 6, 7, 8. So. Nehmen wir das erstmal so. Damit wir uns das später in den Ofen machen können. So. Auf jetzt. So, 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 so. 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 Ich hab's irgendwie mitmacht und so. Ah ja, die Pikmin Musik. Wo gehen wir denn jetzt genau hin? Vielleicht erst mal dahinter. Zu den Bäumen. Das sind zwei Bäume. Drei. Okay. Nicht besonders viel. Aber hier sind besonders viele Gegner. Und Mobs. Auf, komm her. Und. Drei. Ey. Jetzt. Gut. Da ist ein Ei. Und du auch sterben. So. Zuckerrohr. Diese Hühner. Wo, wo. Wo kommen die hier alle her? Oh nein. Oh nein. Ich glaub, das war ein Fehler. Das war ein sehr großer Fehler. Nein. Der Fehler war größer als. Oh mein Gott. Leute. Habt ihr gesehen, was ich da hinnehme? Okay. Jetzt sind es nicht mehr so viele. Und du schiebst jetzt. Gut. Puh. Auf den Kopf. Und durch. Puh. Das war eigentlich ziemlich gut ausgewichen, ey. Puh. Hätte natürlich einen auf Kamikaze machen können, aber nein. Ich mach sowas nicht. Ich mach grad mal eine andere Playlist. Äh. Andere Feed. So. Da ist ein Enderman. Sollen wir den mal angreifen? Ich glaub, das wär mal nicht verkehrt. Vielleicht lässt er irgendwas da für uns. Hey Enderman. Guck dich doch an. Na, klasse. Na, super. Na, super. Jetzt. Leben. Ich brauch. Leben. Regenerier dich. Greifen die sich jetzt. Gut. Die greifen sich gegenseitig an. Und du Enderman, du kommst jetzt mal her. Genau, du kommst jetzt mal schön hierher. Ja, auf. Komm. Hier. Ich komm jetzt nicht zu dir. Ey. Jetzt komm der bestimmt gleich hinter mir. Enderman. Ja, bleibst du da jetzt stehen, oder was? Sag mal. Wo? Wo bist du? Wo? Da. Ja, komm doch her. Komm doch her. Komm doch her. Komm doch her. Ja, da schreist du, ne? Puh. Na, ganz toll. Ich werde dir... Wahrscheinlich verrecke ich jetzt. Hoffen wir es mal nicht. Bei Zelda Musik kann man nicht sterben. Das kannst du mir nicht antun, Skelett. Nein. 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 Puh. Das... Das... Das wird es...